Michael Fora, man war heute wieder nahe an Punkten in diesem Derby, weshalb hat es am Ende doch nicht gereicht? Ja genau, aber wir haben einfach nicht genug gemacht, also Goal fehlen noch, wir haben viele Powerplay gehabt, also wir müssen diese Chance wirklich, ähm, sagen wir mal, nehmen und etwas machen und einen Goal treffen. Wenn Sie jetzt hier hinten schauen, es gab 118 Derbys in der Ballascha, wahrscheinlich war das heute das Letzte, was gehen Ihnen für Gedanken durch den Kopf? Ja, im Moment, äh, es tut weh, es tut weh, dass wir dieses Letzte Derby, äh, verloren haben, ähm, natürlich gibt es, äh, viele gute Erinnerungen, aber, äh, ja, momentan die Situation, auch ohne Publikum heute war, äh, schade wirklich, äh, ähm, äh, Ja, nicht gut, also hofft man noch auf Preplayoffs gegen Lugano? Ja, hofft man es auch.